Hi, herzlich willkommen zurück zu Pandas, heute mit der Iterierung. Wahrscheinlich etwas, was ihr viel früher erwartet habt als bei unserem, naja, x-ten Video, aber man muss dazu sagen, Iterierung ist eigentlich etwas, was man vermeiden sollte. Ich zeige euch, wie es geht, aber ich zeige euch auch, wie ihr es besser machen solltet, falls es irgendwie anders geht. Und damit sind wir schon mitten im Thema drin, ein Pandas DataFrame kann riesig sein. In unserem Fall hat es 100.000 Einträge auf drei Spalten. Und das ist nicht mal eine ungewöhnliche Tabelle. Und ja, ihr seht, ich wollte gerade Printf machen, aber nein, ich wollte Print DataFrame machen. Dieses Ding ist so groß, es wird sogar richtig schön zusammengestaucht, wenn ihr es ausgebt. Das ist auch ganz normal so, das soll auch so sein. Wenn ich jetzt hier durch iteriere, dann kann ich das durchaus machen. Und zwar kann ich sagen, okay, ich möchte ganz gerne für jede Column, also für jede Spalte in meinem DataFrame, in df, da kann ich einfach durch iterieren. Wenn ich das so schreibe, dann sind das normalerweise Spalten, die hier genommen werden. So, dann printen wir die mal. Print Call. Ja, was hierbei rauskommt, dürfte, glaube ich, niemanden überraschen. Wir kriegen 0, 1, wobei vielleicht doch, die einen oder anderen könnte das überraschen. Wir kriegen hier 0, 1 und 2. Warum kriegen wir das? Naja, unser DataFrame, was wir vielleicht obendran mal kurz printen sollten, hat drei Spalten, die die Namen 0, 1 und 2 haben. Das heißt, wenn ich hier einfach nur durch iteriere, dann iteriere ich im Endeffekt, es ist quasi dasselbe, wenn ich durch df.columns durch iteriere. Es ist genau dasselbe, es wird einfach so angenommen. Okay, selbstverständlich ist das nicht der einzige Punkt, wie man iterieren kann. Und zwar können wir natürlich hier auch anders durch iterieren, weil das ist ja relativ sinnbefreit, sage ich jetzt mal. Wir können hier auch durch iterieren mit den, naja, Methoden, die uns zur Verfügung gestellt werden. Und zwar haben wir hier einmal den Index und die Row bekommen wir über df. Achtung, das ist jetzt eine spezielle Funktion, iterrows. Eterrows liefert euch genau das, es liefert euch den Index. Und, ähm, wisst ihr was, wir machen hier einfach mal ein Plus. Und nein, ich mache jetzt, ich bin zu faul für den FormatString. Okay, wir machen FormatString. Es ist schön, es ist einfach schöner. Ich verstehe, was ihr meint. Ihr habt, ihr habt ja recht damit. Ähm, deswegen sollte ich eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen und ab sofort immer FormatStrings benutzen. Deswegen machen wir das so. Okay. Also, was hierbei passiert ist, naja, es sind sehr viele Daten. Okay, ich werde das jetzt hier abbrechen. Ähm, wir sehen jedes einzelne Element hierbei. Also, wir fangen mal ganz oben an. Ähm, es hat schon einiges abgeschnitten. Das ist doof. Ähm, wenn wir hier alle Zeilen ausgeben, dann kriegen wir hier im Endeffekt immer 0. Also, wir kriegen, ja, wir haben hier diese Zahl, Doppelpunkt, ja. Dann kriegen wir hier 0,8 irgendwas. Okay, was genau ist hier gerade passiert? Also, wir haben gesagt Index, das ist der Index der Zeile, Doppelpunkt und dann die Row. Die Row besteht aus drei Werten, denn jede Zeile hat drei Werte. Nämlich einmal den Index im Endeffekt oder den Namen der Spalten, also 0, 1 und 2. Das sind diese Dinger hier und den Wert davon. Das heißt, die Row besteht aus dem jeweiligen Wert natürlich auch noch. So, wir können hier durch iterieren. Es dauert aber wirklich, wirklich lang. Also, ich kriege hier wirklich so meine eigenen Dinger wieder zurück. Und eine Row sieht erstmal auch, äh, ich kann das mal hier ganz kurz nur für eine Row zeigen. Für eine einzige Row ohne den Index. Der Index ist im Endeffekt wirklich der, der Index von der Reihe. Und die Reihe selbst sieht eben so aus. Ähm, wir haben hier 0, 1 und 2 und dann haben wir eben das hier. Okay, jetzt, wie kann ich hier wirklich drauf zugreifen? Naja, eine Row ist immer noch eine Row. Ich kann auf die Row drauf zugreifen, wie ich auch immer zugreifen würde. Wie, wenn ich eine Spalte eben haben möchte. Also, Row von 1 würde mir das dann natürlich auch liefern. Dann würde ich hier den Wert bekommen. Ich kann selbstverständlich dann auch hergehen und sagen, Form, ähm, äh, I in Row, Print I. Machen wir jetzt einfach ganz kurz. Nur für die erste Row natürlich. Also, damit wir hier sehen, was hier dabei ist. Dann bekomme ich im Endeffekt die ganzen Werte der Reihen. Und, äh, ja. Ja, das wäre sozusagen dann auch das, was ihr wahrscheinlich haben wollt. Wenn ich auf die Row zugreife, kann ich auch trotzdem hierher gehen und die einzelnen Funktionen aufrufen, die wir hier auch schon teilweise kennengelernt haben. Das ist klar. Aber, es ist tatsächlich keine effiziente Variante, darauf zuzugreifen. Und auch diese Vorschleife, die wir innen drin brauchen, ist jetzt nicht ganz so geil. Ähm, das ist einfach, ja. Es ist schwierig, okay. Ich kann natürlich hier auch hergehen und, äh, Row von 0 oder sowas machen. Aber, normalerweise werdet ihr wahrscheinlich eher anders drüber iterieren. Ähm, eine Sache, bevor wir mit dem anders drüber iterieren anfangen. Und zwar, wenn ich hier schreibe, I ist gleich. Äh, wir machen jetzt hier mal nur ein Zehner-Element. Und schreiben hier mal I ist gleich 42, okay. Dann sehen wir, wenn ich das hier oben drüber mache und das Printen unten drunter mache, dann sehen wir hier, es hat sich überhaupt nichts geändert. Also, ich habe hier I gleich 42 gesagt. Das heißt, ich setze eigentlich jedes Element auf 42. Äh, das kommt nicht an. Die Werte sind nicht gespeichert, ja. Die Werte sind nicht dieselben. Ihr bekommt nicht, also wenn ihr was reinschreiben wollt, bekommt ihr das nicht hin. Äh, auch wenn ich jetzt hier hergehe und Row von, äh, von 0 jeweils auf, ähm, jeweils auf 42 setze. Schauen wir uns gerne mal kurz an. Dann sehen wir hier, das wiederum geht, aber eben nur, weil ich hier Row von 0 jeweils in der Hand hatte. Also, es ist aber auch nicht unbedingt garantiert. Ich glaube, es steht so in der, in der offiziellen Dokumentation drin, dass es nicht garantiert ist, dass hier irgendwas in die Richtung passiert. Deswegen, solche Zuweisungen solltet ihr hier, ähm, im besten Falle lassen. Äh, haben wir ja hier gerade auch gesehen. So, ähm, nächster Schritt wäre hier das Ganze mit Items zu machen. Das geht genauso. Ähm, da haben wir einmal das Label und einmal die Series, die wir hier zurückbekommen in df.item, äh, ja, Punkt Items. Genau, das hätte ich ganz gerne. Und die liefern euch, wie der Name schon sagt, das Label und die Series. Also einmal Label und einmal Print Series. So, ähm, und das, danach exiten wir mal, damit wir das hier, ähm, damit wir wirklich nur eins haben. Das sieht dann so aus. Wir haben hier einmal eben das Label. Das wäre die 0 in diesem Fall. Ähm, das ist nicht der Name von unserer Zeile, sondern einfach der Name von unserer Spalte. Und dann haben wir natürlich hier die df.items. Das ist tatsächlich einfach die Series. Als hätten wir die Series ausgelesen. Nur, dass wir jetzt so eben jede Series nacheinander bekommen. Also das wäre auch eine Möglichkeit, falls ihr über die Series zugreifen wollt. Das, wie gesagt, das kommt darauf an, was ihr tun wollt. Das geht im Endeffekt alles. Äh, ich mach hier mal wieder ein Print E draus, damit ihr es nicht hier irgendwie falsch übernehmt. So, ähm, und ja, was wir als nächstes noch machen können, ist, wir können hier auch über Tupel drauf zugreifen. Und ich glaube, das ist die Variante, die ihr am Ende auch am meisten verwenden werdet. Verwenden werdet, je nachdem, was ihr tut. Denn 4Row in df.iter-Tuples, das Ding hier, das lässt euch relativ viel eigentlich machen. Ähm, ihr seht auch hier der Index, bool gleich true. Ihr könnt hier auch wieder die Indexierung anschalten, so wie ihr das eben haben wollt. Ähm, also über zum Beispiel einzelne boolischen Werte da noch einzelne Sachen rausfiltern. Aber das könnt ihr natürlich auch davor machen. Also zum Beispiel hier df größer, ein Wert, 42. Und dann geht das natürlich genauso. Ähm, mach ich jetzt hier nicht, das kennen wir. So, df.iter-Tuples liefert euch eine Zeile. Also, jedes Mal nur eine Zeile, aber als Tupel. Sieht interessant aus. Sieht folgendermaßen aus. Wir machen jetzt nur ein Tupel und schauen uns das genauer an. Und, äh, mit diesem Tupel könnt ihr dann natürlich auch andere Sachen machen. Also, das ist ein Pandas-Tupel, ähm, also Typ Pandas. Und Index ist hier auf 0 gesetzt. Dann haben wir hier, Bodenstrich 1 ist der Wert, der erste Wert. Bodenstrich 2 ist der zweite Wert. Bodenstrich 3 ist der dritte Wert. Was ihr also haben könnt hier, ist, ähm, ihr könnt, ähm, auf die einzelnen Werte hier in diesem Tupel zugreifen. Als wäre es halt ein ganz normales Tupel. Das heißt, ihr könnt hier sagen, von 0, Achtung, gefährlich, von 0 liefert euch, Achtung, behaltet kurz die, wisst ihr was? Wir machen das immer so. Print Row. Dann sehen wir auch, was genau wir da eigentlich gerade haben. Von 0 liefert euch nicht 1,37, nicht 0,46, nicht 0,27. Es ist auch nicht broken, es liefert euch einfach den Index raus. Also von 0 liefert euch den Index, witzigerweise. Von 1 liefert euch den ersten Wert, von 2 liefert euch offensichtlich den zweiten Wert, von 3 liefert euch den dritten Wert. Also, ja, das, das kennen wir alles. Äh, alternativ, das ist ein Name-Tupel. Ihr könnt ja auch mit einem Punktindex drauf zugreifen. Punktindex, äh, auch wenn es hier gelb markiert ist, liefert euch die 0, ähm, Punkt, Bodenstrich 1. Auch wenn es komplett scheiße aussieht, sorry für die Wortwahl, äh, liefert euch den ersten Wert. Das geht auch. Ähm, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, woher kommt das denn? Wieso haben wir denn so komische Werte? Ähm, woher kommt diese Bodenstrich 1? Ich mache jetzt mal eine Index, äh, Kampagne hier sozusagen auf. Und wir sagen mal, ähm, wisst ihr was? Wir machen das hier kürzer, List von A, B, C. So, ähm, und dann bekommen wir das hier. Dann kriegen wir schon einen Fehler. Das ist auch ganz logisch, weil wir hier die Row hier ausgeben wollen. Ähm, okay, das ist auch logisch. Ups, das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte, äh, seht ihr, ich bin in meinem Kopf auch manchmal verwirrt. Ähm, ich wollte hier natürlich ein anderes DataFrame bauen, und zwar ein DataFrame aus einem Tupel. Ähm, eigentlich könnten wir das direkt hier reinmachen. Ein DataFrame aus einem Tupel, und ich wollte hier sagen, A entspricht 42, B entspricht 1337, ups, 1337, und C entspricht, äh, keine Ahnung, einem Wert. So, und jetzt schauen wir uns nochmal die Row an. Ähm, nachdem wir das DataFrame ein bisschen manipuliert haben, soll ich natürlich den Index hier vergessen. Ähm, Index ist gleich. Ich sage einfach mal 0, 1, 2 dazu. Äh, Quatsch, natürlich, List von A, B, C. Da sind wir doch gerade, List von, äh, A, B, C. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. So, ähm, jetzt haben wir nämlich hier den Index, klein a, und a ist gleich 42. Ich hätte, ach egal. Ähm, a ist gleich 42. Das heißt, ich kann hier über Row.a drauf zugreifen, was ich hier mir auslesen möchte. Ich kann mir hier quasi meinen Wert 42 auslesen, wenn ich das möchte. Ich kann mir auch meinen Wert, äh, B oder C auslesen und eben natürlich den, den Index kann ich auch auslesen. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, ähm, hier auf die einzelnen Werte zuzugreifen. Wie gesagt, ihr könnt auch von 0 ignorieren, weil das immer der Index ist und bei von 1 anfangen zu zählen. Und, äh, dann habt ihr auch die Werte. Also, das, das geht tatsächlich alles. Ähm, aber, ja, wahrscheinlich sind dazu die, äh, die Indizes schon am besten, möchte ich mal behaupten. Ähm, genau. Deswegen würde ich euch vielleicht diese Schreibweise hier empfehlen. Jetzt, warum, warum ITER Tuples, warum nicht ITER Rows? Äh, ITER Rows könnt ihr genauso nehmen. Aber ITER Tuples ist, ob ihr es glaubt oder nicht, eigentlich schneller und eigentlich auch komfortabler, weil ihr direkt die Rows bekommt als eine Variable und damit dann normalerweise ja eine andere Funktion aufruft. Und die wiederum kann dann Sachen berechnen für euch. Auf dieser Zeile eben, falls ihr über die Zeilen durch iterieren müsst. Jetzt ist aber natürlich trotzdem wahr, was ich vorhin gesagt habe. Generell solltet ihr nicht auf, äh, Data Frames drüber iterieren. Auch nicht auf Series solltet ihr drüber iterieren. Außer ihr habt wirklich wenig, was ihr damit machen müsst. Oder, ähm, nur kleine Data Frames. Wenn ihr große Bereiche habt, dann wird sowas sehr lange dauern. Ähm, und das ist der große Grund, warum man das eigentlich nicht macht. Es gibt nämlich, äh, diese, diese ganzen Operationen auch irgendwie, also das meiste, was ihr braucht, ist irgendwo vorhanden. Ja? In NumPy, in Pandas, in SciPy, in, äh, Matplotdip, whatever ihr braucht, ja. Ja? Es ist irgendwo. Ähm, und ansonsten könnt ihr es durch eine mathematische Operation als Vektor irgendwie berechnen. Also ihr kennt ja dieses, ähm, dieses Data Frame von, keine Ahnung, irgendwas. Oder Data Frame Punkt Assign ist auch ein super Beispiel. Haben wir ja auch schon kennengelernt. Und hier könnt ihr dann einfach eine Funktion das Ganze berechnen lassen, wie die neue Spalte aussieht. Wenn ihr das so macht, ähm, die neue Spalte so zu berechnen, dann müsst ihr hier seltenst wirklich drüber iterieren. Und die haben das für euch schon implementiert. Ihr gebt denen dann einfach so eine Lambda-Funktion. Die iterieren für euch drüber, aber um ein Vielfaches schneller, als ihr das schreiben würdet. Und deswegen, also es ist halt einfach in C geschrieben, ne? Das merkt man halt schon im Unterschied. Und deswegen, von der Runtime würde ich euch empfehlen, wirklich nur zu iterieren, wenn es gar nicht anders geht. Ähm, und wenn ihr irgendwas Krasses damit machen wollt. Aber, ähm, ja, also kommt natürlich auch mal vor. Und dementsprechend, jetzt wisst ihr, wie es geht. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.